da hat sich nichts geändert aber möglichst lange tanken am anfang also vor der rage phase möglichst lange tanken und dann wenn er so schnell wird erst dann halt mit hit and run anfangen und dann slows und stuns und so das wird das nicht funktionieren aber ich habe keine effekte an aber wie immer trash nassens special by the way trick 17 für zeitersparnis wartet jetzt man kann schnell wechseln zeitgleich catcher sorgen der fall fett is real i am too tired for that ach du scheiße und was geht ab zieht ihn mal am rand irgendwie oder so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020